Ja, okay, also die Scheiße mit den Reifen hat es drauf. Ja, du ist... Du fährst doch eh nur rückwärts, Idiot. Ja, schon wieder. Mann, Alter, das ist der Rückwärtsgang. Haben sie bei deiner Gehirn-OP... Haben sie dir da... Alter, jetzt weiß ich, was passiert. Sie haben dir dein Gehirn falsch rum eingebaut. Mann. Na, also, geht doch. Und die... Oh, nee, okay, doch nicht. Ey, was gucken sie mich denn so an? Er ist, dass er denn nicht fahren kann. Ey, das bringt nichts, wenn du immer nur einen Meter nach vorne fährst. Du musst... Auf, ey, Mann. Was soll denn die Scheiße, Mann? Hey, wer... Oh, Mann. Gott. Ey, Leute, er kann nichts dafür. Die Gehirn-OP ist nichts geworden bei dem. Wow. Ey, ich bin Stuntman. Ich kann euch Fahrrad beibringen. Ich fahr auf jeden Fall besser als ihr. Okay, jetzt hat er total Fahrrad verlernt. Jetzt kann er wieder vorne noch zurückfahren. Ich bin Stuntman. Damit ist ein ogi Namen. Ich bin Stuntman. Schuhen und pfefferwechsel.